Willkommen bei Kevin und Flexi! Und heute werden wir einen ganzen Tag lang Lifehacks von Wondershare testen mit Hund Lucky! Bleibt auf jeden Fall dran! Hä? Nein! Was ist passiert? Mein Handy ist mir runtergefallen. Geht's noch an? Freunde, es geht nicht mehr an. Nein, geht's nicht mehr an? Oh nein, es ist kaputt. Hast du deine Daten gesichert? Nein, hab ich auch nicht. Hast du deine Daten nicht gesichert? Ich hab die leider nicht gesichert. Warte mal kurz. Verdammt! Da gibt's doch was von Wondershare! Stimmt, du hast recht. Dr.Phone! Mit dem können wir unsere Daten wiederherstellen. Das machen wir schnell! Schnell, bis das Auto ganz kaputt ist! Lass uns direkt das Handy anschließen und Dr.Phone von Wondershare starten und gucken, ob das funktioniert. Bitte, Dr.Phone! Hier haben wir Dr.Phone. Mit Dr.Phone kannst du die Daten deines Telefons wiederherstellen. Egal ob iPhone oder Android. Krass, und was kannst du noch alles damit? Wie übertrieben viele Sachen Flexi. Du kannst die Daten zwischen deinem Handy und Computer ganz einfach und kinderleicht übertragen. Außerdem kannst du ganz einfach deine Chatverläufe von verschiedenen Apps wie WhatsApp sichern und wiederherstellen. Das ist ja aber noch nicht alles Flexi. Noch nicht! Du kannst dein Handy Bildschirm entsperren, gell, Lucky? Du kannst dein System reparieren, falls dein Handy kaputt geht. Außerdem kannst du dein Telefon auf ein ganz neues Modell übertragen mit nur einem Klick. Das Telefon abspeichern, falls es kaputt geht, Daten löschen und das aller kurz deinen virtuellen Standort ändern. Somit kannst du dich überall auf der ganzen Welt aufhalten, obwohl du zu Hause bist. Du willst mir sagen, das alles ist in einer App drin? Das alles erhältst du mit Dr.Phone von Wondershare. Und kostet die App was? Nein, die App ist komplett kostenlos. Ihr findet jetzt den Link zu dieser App unten in der Beschreibung. Aber, wenn ihr die Vollvision kaufen wollt, erhaltet ihr mit dem Link 80% 80%? 80% Flexi. Aber das allerbeste, dass mein Handy geht wieder. Nein! Dann werden wir endlich anfangen mit unserer Challenge. Danke für die App Wondershare. Ja, ein Werbe-Dien mit Lucky selbstverständlich möglich. Was benötigen sie denn dazu? Ah, ein Demo-Video von Lucky. Alles klar. Läuft dann im Fernsehen. Perfekt. Lucky im Fernsehen auch mal was cool ist. Lass mal fetten Maunen. Gut, wir schicken ein Demo-Video zu. Kein Problem. Ciao. Flexi, Flexi. Was ist? Wir haben jetzt ein Werbe-Dien mit Lucky. Lucky kommt ins Fernsehen. Lucky kommt ins Fernsehen. Und wie? Demo-Video. Die wollen ein Demo-Video von Lucky. Ja, aber wie machen wir denn ein Demo-Video? Ganz einfach. Mit Demo-Creator von Wondershare, Flexi. Das musst du mir zeigen. Komm, dann machst du direkt ein Demo-Video für Lucky im Fernsehen. Lucky, du brauchst ein Demo-Video. Oh mein Gott, Lucky, du kommst ins Fernsehen. Mit dem Demo-Creator von Wondershare. Erlebe alle Leistungsmerkmale, die du dir erhofft hast. Mit dem Demo-Creator kannst du Videos in 4K-Qualität schneiden. In 4K? In 4K. Es ist kinderleicht, mit dem Demo-Creator kleine Clips zu erstellen. Füge Untertitel hinzu. Sticker. Benutze ein Greed-Skill, coole Übergänge, Cursoranpassungen, Voice-Over, alles was du dir vorgestellt hast. Da kann man ja so viel machen. Mit dem Demo-Creator von Wondershare schon ein richtig cooles Video erstellt. Schauen wir es uns kurz an. Richtig cool. Ganz einfach. Mit nur wenigen Klicks. Downloadet euch jetzt den Demo-Creator. Es ist komplett kostenlos. Kostenlos. Ihr findet den Link in unserer Beschreibung. Und falls ihr euch die Vollversion kaufen wollt, mit unserem Link erhaltet ihr bis zu 80% auf dem Wondershare-Projekt. Hier unten ist der Link. Ganz einfach. Nur draufklicken, oder? Wenn Lucky Fans und euch haben wir es geschafft. Und weswegen haben wir es geschafft? Wegen uns und wegen? Wondershare. Demo-Creator. Genau. Demo-Creator. Jetzt gehen wir aber weitermachen. Die Challenge ist ja noch lange nicht vorbei. Der Tag ist noch nicht rum. Stimmt. Wir haben noch was zu erledigen. Komm schnell. Auf geht's. Auf geht's. Und falls ihr es noch nicht wisst, Wondershare hat einen eigenen YouTube-Kanal. Den findet ihr jetzt hier oben in der Infobox. Abonniert ihn. Ich warte zwei Sekunden, solange ich ihn abonniert habe. Okay. Aber jetzt muss ich Cayman rufen, weil ich habe hier eine PDF-Datei, die ist 500 Seiten groß. Und ich weiß nicht, wie ich das bearbeiten kann. Cayman. Cayman. Ich bin hier und was geht's denn? 500 Seiten PDF. Die kannst du nicht verschicken, oder was? Das geht nicht. Wie mache ich das viel zu groß alles? Gar kein Problem. Wie? Mit PDF-Elements von Wondershare. Nein. Da kannst du die bearbeiten, verkleinern, komprimieren, verschicken. Alles in einem Programm. Gibt's von Wondershare auch was? Das brauchen wir gar nicht mehr so 500 Seiten. Weg damit. Wie geht es halt um die das? Okay, let's go. Okay, Cayman, bearbeiten wir mal deine 500 Seiten große PDF-Datei mit PDF-Element. Und was kann das alles? Mit PDF-Element kannst du ganz einfach PDF-Dateien erstellen. Sie bearbeiten, sie verkleinern, sie konvertieren in andere Formate. Mit PDF-Element hast du unzählige Möglichkeiten. Das hört sich so krass an. Außerdem hast du noch richtig coole PDF-Vorlagen. Du kannst mehrere PDFs zu einer Datei zusammenfügen. Mit PDF-Element bist du unabhängig. Du kannst sogar deine PDF-Datei mit einem Passwort versehen. Echt? Mit einem Passwort? Ja, natürlich. Hier siehst du es. Ganz einfach. Schützenklicken, Passwort eingeben und fertig. Du kannst die Dokumente schwärzen. Und wo kriegt man das? Ganz klar, wie immer in unserer Beschreibung. Klickt drauf, downloadet es euch. Jetzt ist es komplett kostenlos. Wollte ich gerade sagen, lass mich gerade erst. Ist es kostenlos? Das ist kostenlos. Und das Beste ist, mit dem Link von uns kannst du sogar noch bis zu 80% auf die Produkte von Wondershare sparen. Auch die Vollversion. Ja, also. Dann habt ihr noch mehr Möglichkeiten. Noch schneller. Also, download euch jetzt PDF-Element. Aber Flexi, Mann. Weißt du was? Du hast mir so viel Zeit gespart. Jetzt halte ich dich erst mal zum Essen ein. Komm mit. Aber wir müssen die Challenge noch weiter machen davor. So, jetzt mache ich erst mal das Gute zu essen für mich und Cayman. Die Festplatte brennt. Cayman! Cayman! Die Festplatte brennt! Cayman! Ja, ja, ich bin doch schon hier, Flexi. Was denn los? Die Festplatte hat angefangen zu brennen, wo ich was gekocht habe. Oh mein Gott. Da sind doch unsere ganzen Lucky-Videos drauf. Was mache ich jetzt? Ich glaube, die ist kaputt. Aber wir können die Daten retten mit Recoverit von Wondershare, Flexi. Was? Von Wondershare? Ja, komm, geh hoch und steh dich an. Zeig's mir, zeig mir das. Und jetzt sind die kaputt. Sind alle Daten weg? Das sehen wir gleich, wenn wir die Festplatte angeschlossen haben und Recoverit von Wondershare gestartet haben. Ich bin so gespannt. Es sieht gut aus, Freunde. Recoverit hat unsere Festplatte erkannt. Alle Lucky-Videos! Jetzt könnt ihr alle Daten herstellen. Mit nur einem Klick scannt Recoverit deine ganze Festplatte. Recoverit kann bis zu 1000 Dateiformate wiederherstellen, Freunde. Egal welches Speichermedium. Festplatte, CD, SD-Karte. Recoverit schafft es, deine gelöschten Daten wiederherzustellen. Also, falls du mal deine Daten gelöscht hast, downloadet ihr jetzt Recoverit und mit nur einem Klick kannst du deine gelöschten Bilder einfach wiederfinden auf der Festplatte. Und wo kriegt man das? Link in unserer Beschreibung. Es ist komplett kostenlos. Kostenlos? Und falls ihr die Vollversion wollt, ihr könnt bis zu 80% mit dem Link unten in unserer Beschreibung sparen. Bis zu 80% sparen? Ey, Flexi, guck mal. Da muss ich ja schnell draufklicken jetzt. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt können wir wieder weitermachen mit unserer Challenge. Los, komm. Auf geht's. Festplatte nehmen wir diesmal mit. Falls ihr es noch nicht wisst, Wondershare hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn du ihn jetzt abonnierst. Klick dazu einfach hier oben rechts drauf. Ich warte kurz zwei Sekunden. Perfekt, du hast ihn abonniert. Alles klar, dann kann ich jetzt hier weiter gemütlich mein Geschäft verrichten. Hey, man. Hey, man. Ja, Flexi? Ah, da bist du ja. Okay, was geht's? Ich brauch deine Hilfe. Ich muss morgen für die Schule eine Präsentation vorbereiten und ich brauch da unbedingt krasse Diagramme, die mich von der Masse abheben. Hast du die Idee? Klar, Flexi, hab ich deine Idee. Und zwar AdDraw von Wondershare. Damit wirst du eine Eins bekommen in der Schule. Du wirst aus der Masse herausstechen. Ja, dann los, dann zeig mir die mal schnell. Los, los. Los. Schau dir das an. AdDraw von Wondershare. Egal ob Flussdiagramm, Datenbank-Modeling, Software-Development, Projektmanagement für Unternehmen, für die Schule, Grafikdesign, Infografiken, Landkarten. Du hast so viele tausend Möglichkeiten. Schaust dir hier an, Flexi an der Seite, Mindmap, alles hast du da. Damit stichst du ja wirklich aus der Masse heraus mit so vielen krassen Diagrammen. Ja, Organikram, Management, Strategie und Planung, Analyse, Canvas-Diagramm, Datenbemodeling, das ist das aller allerbeste. Mit einem Klick, hast du die Vorlage, du kannst jetzt einfach hier alles bearbeiten. Wie cool ist das? An, aus. Das ist ja so einfach. Das ist mega einfach und das allerbeste, wie immer, Flexi, das ist komplett kostenlos. Nein, das ganze Programm jetzt. Das ganze Programm. AdDraw ist komplett kostenlos. Das weiß ich, ich will hier nicht rum. Ey. Test es doch am besten mal aus und downloadet es euch. Und falls ihr die Vollversion kaufen wollt, mit dem Link unten in der Beschreibung. Lass mich raten, 80%? Ganz genau, auf ausgewählte Wondershare-Programme. 80%? Der Hammer, Alter. Flexi, ich hoffe, damit kriegst du auf jeden Fall eine Eins. Ich fange jetzt mit dem Programm sofort an und werde meine Eins abholen. Alter, geh raus hier. Nein, nein, Flexi, wir müssen unsere Challenge weitermachen. Die Challenge, alles klar. Los geht's, komm. Ciao. Wie kann ich denn die Filmdatei aufs Handy laden? Ich will doch den Film auf dem Handy sehen. Wie kann ich denn MP3 umwandeln aufs Handy hier? Flexi. Ja? Hä, was machst du denn da? Ich will den Film auf dem Handy sehen. Das geht doch ganz einfach, Mann. Wie denn? Mit Wondershare-Uni-Konverter. Da brauchst du nicht deine DVD hier in dein Handy stecken. Hä? Mit dem Wondershare-Uni-Konverter kannst du jede Datei in irgendein beliebiges Format umwandeln. Und wie schnell geht das? In ein paar Sekunden, Flexi. Nein. Du willst jetzt also die DVD in MP4 umwandeln? Ja, ich will es alle auf dem Handy schauen. Kein Problem. Du kannst auch MP4 in MP3 umwandeln oder WAV in AVI. Das ist alles. Du kannst die Uni-Konverter alles. Komm, ich teig's dir. Mit einer App? Mit einer App gehen wir hoch, Leute. Zeig mir das. Schau, Flexi, du startest einfach nur den Uni-Konverter, legst deine DVD rein und dann kannst du sie in MP3 umwandeln. Videos downloaden, auf dein Handy übertragen und das alles nur mit dem Uni-Konverter von Wondershare Flexi. Die App ist ja sowas von krass. Geht mal jetzt einen Daumen nach oben für diese krasse App. Und weißt du, was das Beste ist? Nein, was? Es ist komplett kostenlos. Nein, sag ehrlich, kostenlos. Und wenn ihr die Vollversion wollt, du weißt es, ihr könnt 80% sparen, indem ihr auf unseren Link in der Beschreibung klickt. Hier unten, klickt einfach drauf, probiert die App aus. Falls ihr die Vollversion wollt, es ist der Hammer, man. Flexi, du kannst... Du hast mir so viel Zeit gespart gerade. Der Uni-Konverter von Wondershare. Flexi. Jetzt kann ich in Ruhe einen Film schauen. Nee, wir müssen jetzt zur Challenge weitermachen. Einen ganzen Tag lang die Live. Nein, noch weiter geht's. Das ist richtig geil. Also, was wir ist das Zentrum. Dann kommt Camen und Flexi. Und natürlich der Klassiker. Schau, was wir. Und der Tag gehört dir. Ja, bitte? Flexi, darf ich rein? Klar. Was machst du denn da Schönes? Ich mach gerade eine Mindmap. Über uns, Camen und Flexi, unsere Sprüche und Phantom und so weiter. Flexi, eine Mindmap machten wir doch heutzutage nicht mehr auf dem Quartier. Hey, ich warst da so lange dran, so lange. Flexi, das macht man doch heutzutage nicht mehr am Papier, das macht man am PC. Ja, und wie? Ganz einfach, mit Mindmaster von Wondershare. Was? Und wo gibt's das? Das zeige ich dir, komm mit. Das will ich sehen. Flexi, da ist so viel Zeit spannen können. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen. Doppelklick drauf und schon hast du deine Mindmap. Du trägst jetzt hier ein. Flexi. Alles vorbereitet. Und du hast tausend verschiedene Designs schon vorbereitet. Ihr könnt jede Mindmap personalisieren, individualisieren, mit wenigen Klicks. Ihr habt Fischgräten-Diagramme, ihr habt Organigramme, ihr könnt Baumansichten-Mindmaps machen, klassische Mindmap, Kreis-Mindmap, so viele Möglichkeiten habt ihr mit Mindmaster von Wondershare. Und ich saß gerade schriftlich über eine Stunde dran und hab mir Gedanken gemacht. Flexi, hättest du mich einfach gefragt, mit Mindmaster brauchst du dafür unter zwei Minuten. So leichten Diagramme, schon fertig, erstellt man, fügt alles ein, für die Arbeit, ganz einfach und das allerbeste, wie immer bei Wondershare, kostenlos, kostenlos. Und wenn ihr die Vollversion wollt, ihr findet jetzt den Link unten, da könnt ihr bis zu 80% auf ausgewählte Programme schmahlen. Probiert es einfach mal aus und dann holt euch die Vollversion. Ganz einfach, oder? Jetzt mach Wunder hier fertig, nehme ich an, oder? Na ja, das ist doch wichtig, wegen Phantom. Eben nicht Flexi, wir müssen jetzt erst die Challenge beenden, weiter geht's. Dann geht's aber Phantom an den Kragen. Und dann holen wir Phantoms. Ey, warte mal, schau mal auf die Uhr. Hey, der Tag ist rum. Eben, ich wollte gerade sagen, die Challenge ist doch fast vorbei. Die Challenge ist eigentlich vorbei, jetzt müssen wir nur noch das Video hier schneiden. Ja, wie machen wir das? Wie schneide ich das Video? Flexi, ist doch klar, mit Filmora10 von Wondershare. Das ist doch das neueste Programm überhaupt. Natürlich, ich hab's ja schon gezeigt, oder? Eben, ihr kennt es doch hoffentlich auch. Wir zeigen es euch jetzt nochmal. Let's go, geht los. Wie Zeit los, komm mit. Filmora10 bietet dir unzählige neue Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du jetzt mit einem Klick die Farbverhältnisse von deinem Video einem anderen Video anpassen. Außerdem gibt es ganz neu die Motion Tracking Funktion. Mit dieser Funktion brauchst du nie mehr lästige Keyframes setzen. Das übernimmt Filmora10 für dich komplett automatisch. Hey, man, aber das war doch sicher nicht alles. Nein, mit Filmora10 kommen wir noch unzählige neue Shortcuts, mit denen du deine Arbeitsprozesse noch schneller erledigen kannst. Das alles und noch viel mehr Neuerheiten erhältst du mit Filmora10. Krass, Cayman! Oder Flexi? Und das aller, allerbeste ist, Filmora10 ist auch komplett kostenlos. Kostenlos! Ihr findet jetzt den Link ebenfalls unten in unserer Beschreibung und mit unserem Link könnt ihr noch teilweise bis zu 80% sparen. Und noch was, ich hab heute so viel gelernt den ganzen Tag lang, so viel. Ihr habt auch so richtig viel gelernt. Alle 8 Apps, die wir euch heute gezeigt haben, findet ihr wie gesagt unten in unserer Beschreibung. Klickt drauf, klickt auf unseren Link, denn mit unserem Link könnt ihr nochmal 80% auf alle Wondershare-Produkte sparen. Ich würde einfach sagen, klickt drauf und probiert es einfach mal aus. Die sind wirklich easy, die sind einfach zu bedienen und sind sehr hilfreich. Der Hammer. Abonniert jetzt nochmal Wondershare-Kanal oben rechts in der Infokarte, teilt das Video mit euren Freunden und wir zwei gehen jetzt langsam heim und schlafen. Und ich würde sagen, schau was wir... Und der Abend gehört dir... Der Abend! Let's go! Ciao! Outro